Ich habe einen Vogel da oben. Könnt ihr den sehen? Kai Bachstein, Team Performance. Wer beauftragt Sie? Eine Stärke ist meine über 20-jährige Berufserfahrung im Bereich Produktion, im Bereich Mitarbeiterentwicklung, im Bereich Teambuilding und nachweislich effektive Ergebnisverbesserung. Das ist praktische Erfahrung. Diese praktische Erfahrung möchte ich ja gerne mit jedem teilen, den es interessiert. Also Praxiswissen ist ja immer total cool und ich finde es schön, dass wir Herrn Bachstein da haben, der eben wirklich aus der Praxis heraus sein Wissen weitergeben kann. Und wenn wir Sie erreichen wollen im Netz, erreichen wir Sie wo? Sie erreichen mich unter www.kaibachstein.de